Ich lerne Deutsch. fast Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sie ist fast fertig mit den Hausaufgaben. Betont, dass sie nahe daran ist, die Hausaufgaben zu beenden, aber noch nicht ganz fertig ist. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Betont, dass das Projekt kurz vor der Fertigstellung steht, aber noch ein wenig Arbeit benötigt. Sie hat fast alles gegessen. Betont, dass sie den Großteil des Essens gegessen hat, aber ein kleiner Teil übrig geblieben ist. Der Film ist fast vorbei. Betont, dass der Film nahe dem Ende ist, aber noch nicht ganz zu Ende. Er hat fast gewonnen. Betont, dass er sehr nah dran war zu gewinnen, aber letztlich nicht gewonnen hat. Das Wetter ist fast perfekt. Das Wetter ist fast perfekt. Betont, dass das Wetter sehr gut ist, aber nicht ganz perfekt. Sie sind fast gleich alt. Sie sind fast gleich alt. Sie sind fast gleich alt. Betont, dass ihr Altersunterschied sehr gering ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.